Jungs, denn es ist reine Bambude für das Ohr. Es sind einfach nur drei Jungs, einer am Fahrzeug, einer an der Gitarre und der andere an einer ganz besonderen Gitarre. Wir hören uns hier am 21. November im Café Go und auf dem Show. Grüße Sie ganz herzlich, die Jungs, mit dem Fun, Fortune and Play. Hier sind Sie, hier sind Punch Drunk Bowles. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Gut, danke. 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 Und hier haben wir noch mal einen Zugang mit euch. Möchtest du dich sehen? Ja? Hallo? Ja? Ich hab heute hier als ich hier gesehen habe, einfach so, Headbang, muss ich an dieses eine Lied denken, wenn das Kind einschläft und dann, Morgen früh, wenn Gott will, wirst du wieder zurück. So, und jetzt das Kalenderblatt des Monats. Das Kalenderblatt des Monats. Und das dürfen sie alle mit singen, so groß sie können, indem sie sagen, das Kalenderblatt des Monats. Also, wir machen es zusammen. 1, 2 und 3. Das Kalenderblatt des Monats. Ein erklärtester Mann, der hinterher genau sagen kann, warum seine Prognose nicht stimmt hat von Winston Churchill. So, das war's dann schon wieder von uns für heute. Von hier, wir sehen uns wieder am 7. November. Um 22 Uhr hier im Beturbuka mit Mason Arms und ganz, ganz vielen anderen Gästen. Ich freu mich ganz, ganz doll. Ich hoffe, Ihnen hat fast noch. Und jetzt wünsche ich Ihnen einen schönen Abend, einen schönen Wochenenden. Dank schon, dass Sie alle hier waren. Gut mitgemacht. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.